Unter dem Namen Alex Historische Rechts- und Gesetzestexte online-retro digitalisiert die österreichische Nationalbibliothek Historische Rechtsquellen und stellt diese kostenfrei online zur Verfügung. Die ÖNB kooperiert dabei mit Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie gesetzgebenden Organen und Behörden des Bundes und der Länder. Alex ging aus der Initiative ANU hervor und erhielt im Herbst 2006 eine eigenständige Internetplattform. Ende 2009 verfügte Alex über rund 2.600.000 digitalisierte Seiten. Neben der gesamtstaatlichen Gesetzgebung ab 1780 und der Landesgesetzgebung, die auch Ausgaben des Reichsgesetzblattes in anderen Sprachen als Österreichs umfasst, findet man auch Parlamentarier in dem Portal. In den gesamtstaatlichen Gesetzestexten kann nach Jahr, Seite, Datum oder Titel des Gesetzes gesucht werden. Recht hingegen findet man beinahe vollständig als Digitaltext im Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundeskanzleramts. Suche Seit März 2011 ist eine Suche in den Inhaltsvorzeichnissen von über 230.000 Gesetzen in sieben verschiedenen Sprachen aus den Jahren 1848 bis 1995 möglich. Die gesamtstaatliche Gesetzgebung in den Sprachen Deutsch, Tschechisch, Serbro, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch und Slowenisch umfasst weiters die sowohl in lateinischer als auch in kyrillischer Schrift verfassten Gesetze. Mit dem Angebot der Suche erleichtert sich die Recherche nach Gesetzen um ein Vielfaches, da nicht mehr die genaue Stelle im Gesetzesblatt vorhanden sein muss. Die gesamtstaatliche Gesetzgebung in den Sprachen